Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Figment! Wir gucken mal, was uns hier so erwartet. Ich hab keine... Ich hab vor allen Dingen ja nur blaue. Was ist das? Okay. Okay, das ist also ein Sonderweg. Kommen wir denn zurück, wenn ich den hier einpflanze? Ja, oder? Ach, sorry. Hier. Oh, shit. Ich wollte gar nicht. Ich hab mich nicht gefragt, ob ich das möchte. Okay, da gibt's viele Pflanzen. Aber wir werden ja, denke ich mal, noch zurück zu der Welt kommen. Gardens of Creativity. Where inspiration blossom into great ideas. This place has been detached for a long time. Enough whimpering. Let's go find that trumpet piston, so I can get my scrapbook back. Das nehmen wir mit, weil wir was können. So, was haben wir denn hier? Okay. Ja. Hm. Hä? Ich muss wahrscheinlich was auf den soliden Stein drauflegen, oder? Ich weiß aber noch nicht genau, was wollte ich sagen. Okay, ich muss mir hier wahrscheinlich irgendwie den Weg freimachen. Da komme ich von unten hin. Ich weiß nicht, was ich da oben davon habe. Ich nehme das erst mal raus. Und stopfe das hier rein. Aber hören die nicht auf zu wachsen, wenn ich das jetzt wieder rausnehme? Weil ich muss das hier rausnehmen, sonst komme ich hier nicht mehr zurück, oder? Oder kann ich hier runter? Nee, wartet mal. Nee, ich nehme das mal wieder raus. Dann hören die wieder alle auf. Okay. Dann ist das noch nicht so richtig, wie ich jetzt hier gerade gewesen bin. Hier brauche ich wieder einen Samen. Habe ich aber keinen. Warte mal, trockene Blume? Okay, das fließt dann hier einfach raus, oder was? Ah, hier kann ich das jetzt einsetzen? Ach, hier ist er... Nein, hier. Und dann kann ich den grünen tauschen. Jetzt hatte ich denn davon, da hinten hinzukommen. Ich mache das erst mal. Okay, jetzt wieder hier zurück. Ich nehme die Platte mal mit. Und jetzt kloppen wir das auf und... Hier. Ich dachte... Hier. Trockene Blume. die obendrauf haut genau aber ich weiß noch nicht genau was wir brauchen eine pflanze wir nicht haben um die in die erde einzupflanzen okay da hängt was dran wahrscheinlich in samen oha da müssen wir doch noch mal zu der anderen blumen aber ich möchte erstmal kurz hier gucken hier das hier mit den ärmchen wackeln zu süß okay dann machen wir mal hier den legen wir ab genau und du haust jetzt mal hier drauf bitte trockene samen dann machen wir hier den trockenen samen rein und sie soll noch mal spucken okay ich weiß zwar noch nicht wie ich aus ihr das raus krieg aber ich denke mal das werden wir noch irgendwie gebacken kriegen machen jetzt noch eine pflanze ich habe das schwert doch aufgeladen nimm die nuss mit ah nein oh nein okay dann noch mal hier ah hier unten ist sie auch oh shit okay okay wir haben es und ich habe jetzt bloß einen samen genau ich habe bloß einen samen das heißt wir müssen wieder hoch zu der pflanze und das machen das kriegen wir aber hin so hier den platzieren wir hier und noch mal bitte draufhauen kollege dankeschön dann hole ich mir mal schnell hier ein bisschen kraft das verändert so viel so und rein damit und noch mal spucken bitte nee sorry hier einfach mitnehmen so jetzt kommt die hier rein wir gehen hier ganz schnell rüber bevor wir das ja noch eine gebraucht schnell weg mir scheißegal was da passiert okay wie mache ich das jetzt mache ich das einfach hier und so best served on the rocks muss ich es hier hinstellen okay ach deswegen deswegen on the rocks ich bin jetzt vom drink aus gegangen sehr gut so jetzt könnten wir theoretisch da hoch und ich glaube wieder zurück kriegen wir aber what warum ist das wieder da kann ich aber oben in irgendeiner weise mit hier mal angucken ob ich das grüne ding mitnehmen kann ja theoretisch schon lass uns das mal klauen das brauchen wir ja gar nicht dann sind hier zwar keine blumen mehr aber das ist gerade ja gar nicht mehr schlimm so und dann gehen wir hier wieder zurück klauen das ist ja was wir theoretisch noch machen können ich nehme doch unser inventarzeug mit ne ach ne ich muss zurück die windmühle pustet ja nicht wir können uns theoretisch noch einen samen mitnehmen wollte ich eigentlich sagen weil ich glaube dass die pflanze da hinten seht mal die hat nämlich noch einen falls wir den in der nächsten welt irgendwie brauchen oder so oder nehmen wir den stuff gar nicht mit in die nächste welt das weiß ich gerade nicht lass es uns mal probieren wir gehen einfach hier unten lang und wieder hoch ach ach so hier ist mal das gleiche so die platte würde ich aber auch gern mitnehmen deswegen ähm deswegen nehmen wir die gleich mal mit glaube ich ach die kann ich oben gar nicht wartet mal wir müssen den außenrum weg gehen ich muss das hier hinlegen so dann muss ich gehen dann nehmen wir die platte mit dabei können wir gleich gucken ob wir noch irgendwo anders eine grüne mitnehmen können jetzt natürlich ein bisschen oben weg aber dafür dass das vielleicht gleich klappt ist das ganz geil ähm wartet ich hab die platte ne ich hab die platte also müssen wir den wiederum drehen so da kommt man dort hinten ran jetzt natürlich ein bisschen umwegig aber das überleben wir ach so sorry so und dann holen wir uns den samen jetzt brauchen wir dieses ding natürlich noch mal für das wasser spucken deswegen machen wir es hier rein so jetzt müssen wir erst mal zur knack vor richtung so einmal hier bitte den samen knacken lady danke schön einmal spucken so und jetzt wollen wir uns das grüne was für ein umweg wieder zurück jetzt noch den kollegen und dann haben wir ein bisschen was auf vorrat so links unten war glaube ich nichts weiter was waren hier drüben noch ja bloß der samen dann genau okay dann brauchen wir ja dann brauchen wir da ja gar nicht da ja gar nicht hin wollte ich sagen hier vielleicht noch eine kugel wir sind voll hier müssen wir unser dings wieder los werden oh ich mochte es so ein scheibchen bei sich zu haben okay dann gucken wir wie wir zurückkommen genau gebiet verlassen ist richtig jetzt haben wir aber nur ein trompeten ding ich gehe das grüne gehe es schon einsetzen wir haben nur eins wir haben gar nichts wir haben das blaue nur oh scheiße na gut wir haben auch nicht den samen oh es war alles umsonst was für wir haben auch gar nicht den stopfen hier ja muss ich das jetzt alles nochmal machen was ich gemacht habe hätten wir das irgendwie speichern müssen wir haben doch aus der blume warte mal wir gehen nochmal gucken okay haben wir auch nicht mehr jetzt im inventar wir gehen mal gucken ob die blume das ding ne die blume hat das auch nicht mehr ich hab den doch aber aufgehoben oder nicht na klar sonst würde er doch hier rumliegen sorry boah der haut mir zwei weg gleich das ist krass das pflanzengift ist auch nicht mehr da das heißt ich kann die auch nicht mehr töten um das irgendwie anders hin zu kriegen äh liegt das jetzt irgendwo anders warte mal bin ich irgendwo bin ich irgendwo nicht gewesen doch hier ist das jetzt hier grad was buggy hier ja gebiet verlassen ja gebiet verlassen wir haben das nicht aber wie soll ich denn das rätsel dann lösen hier kommen wir ja nicht weiter ups ist da was leute ich mache an der stelle mal eine kleine pause und werde mal in andere let's place gucken was die an der stelle gemacht haben es liegt doch nicht hier irgendwo rum kann ich es hier einfach im inventar öffnen es ist ja nicht da ich guck mal was andere an der stelle gemacht haben und ob das bei denen vielleicht nicht so buggy war oder so und dann eventuell falls ich irgendwas nachspielen muss werde ich das in der zwischen sequenz jetzt hier machen und dann gucken wir es in der nächsten folge an ob das irgendwie vielleicht ich weiß nicht lasst es uns gucken bis dann tschüss Tschüss.